Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Das Halbfinale in der Derby League steht an. Bremen gegen Nürnberg und Hertha gegen den BVB. Ich will gar nicht lange rumschwafeln. Das Finale kommt bereits am Donnerstag. Morgen kommt eine Prognose zum Testspiel. Bayern gegen Marseille und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß jetzt. Danke fürs Reinschalten. Los geht's mit dem ersten Halbfinale. Bremen gegen Nürnberg. Der SV Werder Bremen hat sich als Gruppenerster durchgesetzt und dann auch zuletzt gegen den FC Bayern München gewonnen. Nürnberg schlug sich durch zum Sieg gegen den VfB Stuttgart. Auch eine gute Leistung. Trotz eines Rückstands zurückgekommen. Hier gegen den SV Werder Bremen sah es auf früh sehr gut aus. Zehnte Minute. Nicola Dovedan am zweiten Pfosten wird vollkommen vergessen und erzielt den Führungstreffer für den Klub. Und es war ein toller Auftritt der Klub. Werder Bremen fand hier nicht rein in die Routine des guten Turniers, das sie eigentlich spielten bis dato. Morlock. 25. Minute. Möglichkeit, aber nicht groß genug. Und weiterhin wartete man richtig auf die Möglichkeiten vom SV Werder Bremen. Es war ein Halbfinale auf ein Tor und das gehörte Pavlenka. Nächste Chance. Morlock mit der Vorlage. Aber Pavlenka hält den Ball in den Arm fest. Zur Pause stand es folgerichtig 0 zu 1. Also der Klub machte richtig Spaß. Werder Bremen hingegen agierte fast besorgniserregend. Bereits über eine Stunde gespielt. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit zum Ausgleich. Bitten Kurt mit der Flanke. Augustinsson haut komplett drauf. Manche mögen es als unmotiviert bezeichnen und vermutlich haben diejenigen damit nicht ganz unrecht. Der landet eben außerhalb des Stadions und ist dann nicht wirklich gefährlich. Bremen setzte sich hinten auch selbst immer wieder unter Druck. Veljkovic jetzt dann immerhin mal mit so einem Verzweiflungsschlag. Der wird plötzlich brandgefährlich. Ja, Ilton zu Osaku. 70. Minute. Das muss der Ausgleichstreffer sein. Selber machen oder rüberlegen. Aber so darfst du das nie im Leben vergeben. Glück für den 1. FC Nürnberg in dieser Szene. Das 1 zu 1 tatsächlich mittlerweile denkbar, weil sie auch viel zurückschraubten beim 1. FC Nürnberg. Zehn Minuten noch zu spielen. Low Camper. Schöne 1 Einzelaktion. Der Abschluss dann aber geblockt. Pavlenka begräbt den Ball unter sich, ließ die Hoffnungen leben. Aber es kam nichts mehr vom SV Werder Bremen. Eine sehr enttäuschende Leistung und so kann man dann eben auch nicht ins Finale einziehen. Nürnberg schafft es, ist im Finale und duelliert sich dann entweder mit der Hertha oder mit dem BVB. Das werden wir uns jetzt anschauen. Das schauen wir uns an. Hertha legt nach wie vor den reibungslosesten Turnierverlauf hin. Dortmund setzte sich ja erst in der 90. Minute gegen Dynamo Dresden durch. Aber am Ende zählt es einfach hier im 1 gegen 1 die Oberhand zu behalten. Hier brauchten wir lange, um mal Chancen zu bekommen. Und die hatte dann DD und er blieb weiß kalt. 27. Minute. 1 zu 0 für den BVB. Jahrstein kommt raus, lässt sich tunneln. Der Ball kullert über die Linie und bringt den BVB in diesem Halbfinale in Führung. Es kam keine Reaktion von der Hertha. Es war doch etwas erschreckend, was die bis dahin ja wahrscheinlich stärkste Mannschaft so aufs Feld brachte, beziehungsweise was sie vermissen ließ. Dortmund auf den Spuren des 2 zu 0. Emre Can in der 37. Viel hat da nicht gefehlt. Schöner Abschluss. Geht ganz knapp rüber. Jetzt vielleicht mal was von Blau-Weiß. Marcelinho vielleicht mit einem Geniestreich. Gute Pässe mit Toussaint. Der sieht Luke Bakio rechts. Der hat viel Platz. Und Zagadou im letzten Moment dazwischen. Das wäre die Möglichkeit gewesen zum Ausgleich. Aber stark gerettet. Witzel treibt weiter an. Zur Pause ein 1 zu 0. Also noch alles aufzuholen für die Hertha und der Berliner Sportclub wurde eben auch stärker jetzt zum Ende des ersten Durchgangs. Hier versuchten sie dann den schnellen Ausgleichstreffer zu erzielen. De Rosun bleibt hier gegen Emre Can. Etwas glücklich im Ballbesitz. Wird aber auch ganz schön umgehauen. Santiago Ascaciba zwingt Roman Bürki zu einer starken Parade. Wobei der Ball vermutlich auch vorbeigegangen wäre. Trotzdem das gibt Selbstvertrauen für Bürki. Aber auch die Hertha sieht. Sie können Tormöglichkeiten kreieren. Nur die Zeit lief so langsam davon. Keine halbe Stunde mehr auf der Uhr. Der Treffer musste irgendwann kommen. Wieder Zagadou, der sich da reinschmeißt. Starke Aktion. Hier gegen Toussaint. Der Ball wäre zumindest in Richtung des Tores gekommen. So geht er ganz weit vorbei. Schlussphase. Hertha fiel jetzt auch nicht mehr viel ein. Zum Ende hin. Dortmund machte es wiederum ganz gut. Wusste es den Ball vom eigenen Tor entfernt zu halten. Rafael Guerrero legt quer zu Axel Witzel. Stark aber dazwischen. Jahrstein schmeißt sich auf den Ball. Aber das war so. Das letzte Highlight von der Hertha kam. Nichts mehr nach vorne. Aus Berliner Sicht muss man leider sagen. Dortmund hat es gefreut. Sie gewinnen mit 1 zu 0 und spielen damit dann das Finale am Donnerstag gegen den 1. FC Nürnberg. Beide setzen sich knapp mit 1 zu 0 durch und dementsprechend wird das dann wahrscheinlich eine doch recht spannende Angelegenheit. Damit wir noch das Heim bzw. Auswärtsrecht, das nicht wirklich eine Relevanz hat, rausbekommen, habe ich beide Teams nochmal in einen Zufallsgenerator reingepackt. Dortmund spielt zu Hause gegen Nürnberg. Ja, das ist dann das Finale. Lass gerne noch einmal einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und Adios.